Ähnlich wie bei Griechmeier, eine Aufholjagd, da Uta war ein bisschen tief, jetzt muss er raub, geht's, da muss er kämpfen, nein, 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 bleib stehen, bitte, meine Herren, so, Rennen für ihn, lieber Alexander Omot-Kilde, vielen Dank und ein Glück, dass er gesund ist, schaut dieses Tor, und dann die Plane, na, das ist unfassbar, das